und now let's go leute so meine lieben freunde der unterhaltung heute gucken wir uns youtube kacke tanz verbot probiert cold pizza und kriegt störungen an von galileo let's go rein da ja dieses video soll niemanden beleidigen und dient ausschließlich zur unterhaltung und dieses videos auf keinen fall anzunehmen merkt euch bitte bei youtube und so eine sache let's go dann danke sehr wie gut dass ich keine kopfhörer auf habe marcel davis alter einfach rein in den backofen junge ja jetzt ist es rum ja wer mag denn nicht in der wohnung befindet sich nichts weil der äffel die irgendwie schon ewig hier rumkappen haben auch schon ihre tage tatsächlich sind irgendwie alle auch so weich wie äffel ach das ist mir kleiderregal macht er heute auch noch ja hört sich auf jeden fall gesund an wenn du so hustest alter ja ist die pizza da drin da schmeckt so bestimmt noch gut alter das ist das pferd dicker wenn einer so hustet alter den kannst du auch nicht gut gehen ist die verscheißt ja wahrscheinlich alter 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 Ich hab ne Aprikose an, ja wer hat, Digga, die kann man anziehen, lol. So guck ich auch immer, wenn mir irgendwas hier gerade so... Aber die Frage ist doch, die ich mir jetzt quasi stelle und jeder von den... Von den Eistrons in der Community einfach, ähm... Ist doch, was hat der wirklich da gelabert? Mein ganzes Fußboden ist voll scheiße, jetzt mal diese scheiße rum und kurz... Es riecht echt kotig. Es riecht kotig, ja wahrscheinlich. Und der Kot riecht auch noch Kacke, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen... Ja, wonach soll er denn sonst riechen? Auf jeden Fall werde ich es jetzt in den Kacke oben machen, ich werde es euch jetzt verzeihen... Nicht... Elf Minuten ungefähr... Elf Minuten ungefähr, oha! Wie macht man hier Pause? Junge! Ey Junge, ich raste hier gleich aus! Ist das geil! Hallo, was ist denn los hier? Das Geile ist, ähm... Leute, wenn man sowas mit einer Actioncam aufnimmt oder mit so einer... Ah, wie soll ich das jetzt sagen, mit so einer GoPro... Holt euch bitte keine Actioncam, das kann ich euch wirklich sagen... Holt euch, wenn dann... Einfach... Hier sowas, ganz einfache Empfehlung, entweder Handy... Bei dem ja auch wieder eine neue Nachricht eingekommen ist... Naja... Holt euch entweder Handy oder macht es halt einfach, äh... Profisorisch mit dem Laptop wie ich, weil... So eine GoPro, die hält halt nicht lange... Die hält maximal, äh... 5 Minuten, danach musst du sie wieder aufladen... Der Ton hat mich grad ein bisschen an dieses, ähm... Wenn du den Aufnahmestartest da erinnert... Durchaus sehr professionell gelungenen Kacke... Bin ich nun wieder zurück... Ach... Die... Ah, nein... 100 Minuten sind grade vergangen, ich hab tippt... Hä, freuen wir uns doch noch 11 Minuten, alter... Mit der Leckverdeck, ich hab das richtig geile Klinge vom Krieg... Und auch ehrlich, weil... Das Messer... Was wirklich von... Zwilling ist... Was für schlechtes Messer ist... Hat Rost angesetzt... Weil das in Zwilling ist... Aber... Woh... Bitte was? Hey... Hey, schau auf mich weg... Digga... Ach so, scheiße... Jetzt fängt die Pizza an zu jodeln, oder was? Wie dieses Ding hochjodeln... Das riecht übrigens, als wenn man Mettbrötchen im Backofen hat... Also echt gar... Wer hat bitte Mettbrötchen im Backofen? Ja gut, dann hast du halt einfach so Fleischklopps auf deinem, äh... Auf deinem Brötchen, alter... Oh, ich hätt so ein Mettbrötchen fressen, das war auch geil... Wenn man daran denkt, dass man normalerweise... Man fass sich an Kacke... Also etwa... Nein... Dieser Spaß, der halt immer entgegenkommt... Das tut übertrieben weh manchmal... Und wenn hättest du entgegenkriegst... Boah... Also du gestürbst fast... Und du verbrenst fast... Du gestürbst fast... Du gestürbst fast... Und du verstürbst fast... Du verstürbst fast... Du gestürbst... Wie er den... Äh... Wie er den Ofen öffnet, ne? Wie toll... Was ist das? Ja, das ist ne... In erster Linie ist es einfach mal ne Sprigrale jetzt... Aber... Bruder... Was hat sich Dr. Oetker oder Koppenradowiese... Was weiß ich... Dabei gedacht einfach ne... Schokopizza rauszuhauen... Ich weiß noch das Essen in der Schule bei mir damals in der Grundschule, Alter... Es gab diese... Ähm... Schokoladensuppe... Schokoladensuppe ist das... Ekelerregendste der Welt... Alter, du hast... Haut da drauf... Und es ist halt einfach Milka... Mil... Ge... Es ist nicht mal Schokolade, Alter... Unser DSL-Modell... Vor allem das Brot... Das hat gerade... Ach... Das hat auch... Das hat auch... Ja, ich hab grad auch alles verstanden... Rüberziehen... Mu... 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 Au... 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 Alter... Bei dem ist doch irgendwas nicht richtig, Junge... Mann... Ei, nur knofe raus... Hahahaha Geil... Die Soundeffekte... Warte mal... Ich muss es mir noch mal geben... Au... 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 Ey, nur knofe raus... Wuhh... Alter... nach ventilator warte mal keine ventilator riechen ja gut wenn er brennt und ich werde jetzt das allererste mal reinscheißen rein scheiß aua au so geil und was kommt jetzt das schmeckt einfach so ekelhaft also keine ahnung kann man für uns nicht essen ich hab übertrieben krassen hunger ich hab übertrieben krassen hunger ich hab übertrieben krassen trieben über hunger krassen trieben 180 wochen mir kommt auch nicht in den kock wieso hast du versucht wieso hast du versucht unge zu essen man wie der marketing spezialist in den hintern stecken beziehungsweise scheiße ja das frage ich mich auch wie das einfach erfolgen werden konnte alter digga deswegen okay jetzt ist einiges nicht mal richtig alter folgen wir auf instagram 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 ja Leute war auf jeden fall wieder ein geiles video ähm ja locker 10 minuten 30 Leute an der stelle würde ich sagen war es auf jeden fall mit diesem video wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es nicht wieder rumlabert oder rum spackst und ja bis dahin und ciao ciao Leute haut rein Bis zum nächsten Mal.